Servus, Barvideo aus Franken. Heute ein bisschen aus einer ungewohnten Perspektive und mit einem Darsteller, den ihr zwar schon mal kurz gesehen habt als Aufbauvideo, das verlinke ich euch am Schluss noch mal, aber ihr habt das Teil noch nicht im Einsatz gesehen. Grund ist ganz einfach, steht jetzt einige Wochen schon hier, hat die Woche auch ganz gut bestanden, nur das Wetter war scheiße und das ist etwas, wo man es richtig schön macht, wenn es entweder richtig schneit oder wenn es richtig schön ist und heute ist richtig schön, aber kalt und heute setzt man ein. Was gibt es? Ja, ich habe einen richtig schönen Hähnchenburger im Kopf und habe da gestern auch schon was vorbereitet, sprich das Fleisch ist gestern eingelegt worden. Wir machen jetzt folgendes, ihr schaut euch das haben wir an. Ich heize hier den Bandit an und dann gehen wir in die Küche und machen das Sößeln dazu und dann machen wir uns den Burger. Das wird eine ganz einfache Geschichte heute, aber ich denke mal, lecker. Der Anfang ist gemacht. Fangen wir mit unserem Fleisch an, sprich mit unserem Hähnchenfleisch. Ich habe hier Hähnchenoberkeulen, die wir jetzt verwenden, da sind allerdings die Knochen noch drin und die müssen wir halt auslösen, was heißt die Knochen in jeder Hähnchenkeule. Natürlich ein Knochen, der läuft hier entlang und die müssen wir jetzt einfach raus schneiden. Ich schneide dazu einfach am Knochen entlang mit dem scharfen Messer. Lassen wir es schön ertasten. Andere Seite. Dann können wir das so drunter fassen, schneiden die eine Hälfte ab und am Knochen entlang, bis er draußen ist. Da ist noch das Gelenk mit drin. Welches? So, schönes Teil haben wir. Das mache ich jetzt mit alle und dann geht es weiter. So, der letzte Knochen. Das Fleisch ist ausgelöst. Das tun wir jetzt auf die Seite, machen wir das Brett sauber und dann machen wir mal unsere Marinade für das Hähnchenfleisch. Ja, dann jetzt zur Marinade. Da brauchen wir mal ein paar Zutaten. Ja, was haben wir? Ich habe hier eine Schüssel und da ist schon mal Honig drin. Dann haben wir ein bisschen Knoblauch, ich habe Paprika edelsüß, dann habe ich Chiliflocken, Oregano und Rosmarin, Salz und Pfeffer, ein bisschen Senf, wenn wir brauchen, Zitronensaft, Sojasauce, Olivenöl und ein Schuss Weißwein. Das sollte es gewesen sein. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Vermischen und Zusammenrühren. Nachdem wir an der Zitrone eine essbare Schale haben, also die ist nicht gespritzt, können wir da ein bisschen was abräumen davon, auch mit dazugeben. Zitrone macht es immer gut, vor allen Dingen bei Hähnchen, da habt ihr so einen richtig frischen Touch mit drin. Alternativ könnt ihr auch eine Limette nehmen, das wäre auch okay. So, ein bisschen herwalten. Und dann gehen wir einfach einen Schuss voll. Saft mit rein. Gut, Mengen Weißwein. Und zu den Mengen, wie üblich, ich schreibe euch hier ein Rezept und da habt ihr dann die genauen Mengen für Marinade und so weiter und so fort mit drin stehen. Müsst ihr euch bloß downloaden und ausdrucken. Sojasauce, Senf, Gewürze. Und heute pressen wir mal ausnahmsweise unseren Knoblauch da rein. Dann verrühren wir den Spass. Und wir haben die Marinade fertig. Halt, sehe ich beide, ist Olivenöl vergessen, um Gottes Willen. Denkt mir doch, was machten die rote Flaschen da? Gleich haben wir die Marinade fertig. Jetzt haben wir die Marinade fertig. Aber schon mal die Schüssel, die hier, die Schüssel. Und gehen jetzt mal einfach unsere Marinade drüber. Und einmal das Fleisch richtig schön da drin belegen. So, dass wirklich alles Fleisch und Haut und wie auch immer von der Marinade was abbekommt. So, damit wäre das Fleisch mariniert. Jetzt können wir da Folie drüber machen oder wir geben es in so einen Zipperbeutel. Das werde ich jetzt gleich tun. Und dann in den Kühlschrank. Und da soll es am besten über Nacht ziehen. Wenn ihr es natürlich am selben Tag noch verwenden wollt, gibt es der Sache trotzdem so zwei, drei Stunden Zeit, dass das Fleisch ein bisschen was von der Marinade, von dem Geschmack aufnehmen kann. Also, bei mir zieht es jetzt um in so einen Zipperbeutel. Und dann geht es in den Kühlschrank und ich lege es morgen auf die Platte. Umfüllt im Beutel ist es. Jetzt, wie gesagt, in den Kühlschrank. Bei mir, wie gesagt, über Nacht. So, die Nacht ist rum. Das Fleisch hat ruhen dürfen quasi in der Marinade. Und ja, was machen wir jetzt? Wir machen uns jetzt das richtig. Schöne Soße noch dazu. Eine Honig-Senf-Soße. Und das Ganze mache ich jetzt, bevor das Fleisch auf die Platte geht. Und ja, dann haben wir das auch fertig. Dann geht es auch gleich weiter. Ein paar Zutaten haben wir. Viel ist es nicht. Ein bisschen Honig ist da drin. Dann habe ich hier Frischkäse. Die Mengen auch hier aus dem BDF. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ein bisschen Senf habe ich da. So ein Dichon-Senf. Ihr könnt, wenn ihr jetzt nicht so einen scharfen Senf haben wollt, der ist halt ein bisschen schärfer. Könnt ihr auch so einen groben Dichon-Senf nehmen. Der geht auch ganz gut. Ein bisschen Salz haben wir. Pfeffer haben wir. Dann habe ich so eine Creme, so eine Balsamico-Creme. Und ich habe ein bisschen Olivenöl. Und jetzt geht es eigentlich bloß noch ans Mischen. Dann geben wir einfach mal den Senf dazu. Von dem Balsamico. Also von der Creme. Olivenöl. Das ist der Pfeffer. Und Salz. Dann mischen wir das. So eine richtig schöne Creme wird. Mal versuchen. Die Schärfe. Das Creme wird durch den Senf, das Creme wird durch den Frischkäse und die Süße durch den Honig. Die anderen Gewürze runden das Ganze so richtig schön ab. Tolle Soße. So, aber jetzt gehen wir raus an den Bandit. Ich habe Lust auf Krillen. So, es knatzt und ächzt. Das ist das Holz. Und jetzt ist Zeit für mich, Fleisch aufzulegen. Denke ich zumindest. Ich mache das, indem ich einfach die Hautzahl nach unten auflege. Welch liebliches Geräusch. So, Oli. Das neue Jawohl. Und jetzt grillen wir das einfach und zwar jetzt richtig durch. Weil, wie gesagt, Hähnchenfleisch, da sollten wir darauf achten, dass das schon komplett durchgebraten ist. Schön dabei bleiben. Fläschler Bier in der Nähe. Dann macht das richtig Freude. Es ist heute mal wieder Grillen mit Feuer. Und ich sage es euch, diese Dufte, die jetzt kommen von dieser Marinade, von den Kräutern, die da drin sind. Sensationell. So, schauen wir mal, wie weit wir sind. Jawohl, ja, das wird gut. Ja, wieder Jawohl, ja, gesagt. Ehrlich. Einfach ehrlich. Und da rüber, da ist noch mehr. Da ist mehr Hitze. Das Schöne bei so einer Platte ist, ich habe hier eine heißere Zone, hier eine kältere Zone. Ich kann da wirklich schön spielen damit. Und kann, ja, mein Fleisch oder mein Gargut grundsätzlich, egal was es ist, ja, richtig schön hinbekommen. Na, Hähnchenfleisch immer durchgaren. Also ich will mindestens 80 Grad da drin haben. 75, 76, weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sieht. Aber wir sind gleich da, wo wir hinwollen. So, mein Hähnchenfleisch ist fertig. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen nach außen, eigentlich bloß zum Warmhalten. Und dann lege ich einfach ein paar Tomatenscheiben mit auf die heiße Platte, weil ich mag es überhaupt nicht. Bei Burgern, ihr macht das Fleisch oder die Burger, macht ihr warm und dann kommen kalte Komponenten drauf. Dann ist der Burger eigentlich lauwarm. So ist das optimal. Ich habe hier ein richtig schönes Laugenbann. Unser Bäcker hier, der macht so richtig schöne, schöne Hamburgerbrötchen. Da brauche ich gar nicht lange rumtun. Normalerweise würde ich sagen, macht da ein wenig Butter drauf. Aber heute gebe ich das einfach in das Hähnchenfett ein bisschen mit rein. Ich habe ein wenig drehen. Das sind quasi geschmolzene Tomaten. Das Ganze heute ist so richtig rustikal. Einfach, aber richtig lecker, glaube ich. Richtig schönen Geschmack aufnehmen. Und dann bauen wir unseren Burger auch gleich da zusammen. Ich gebe von meiner Honig-Senfsoße was drauf. Mein Fleisch. Meine Tomaten. Na ja, da hätten zwei gereicht. Auf die Seite für den nächsten Burger. Ein bisschen Salat auf eine Hälfte. Dann reibe ich jetzt noch ein bisschen Zitrone oben drüber. Es gibt so eine richtig schöne Frische nochmal dazu. Ein bisschen was von dem Balsamika noch drauf. Schließen wir den Deckel. Und schon hat der Ben jetzt seinen ersten Einsatz hinter sich. Also es ging richtig schön. Ich freue mich jetzt aufs Versuchen von dem Burger. Das wird eine Sauerei werden, aber bestimmt gut. Lassen wir da nichts einunterschmeißen. Holen wir uns jetzt das Teil einmal da her. Und drehen wir das andere weg. Wow, jetzt ist er natürlich heiß unten. Aber schaut das lecker aus. Ja, und jetzt beißen wir einfach mal rein. Hm. Ich lege ihn auf zu zeigen. Sensationell. Ich muss mir mal kurz den Mund abputzen und dann rede ich weiter. So, jetzt hat er. Also, da rennt er Tomaten davon. Retten wir noch. Was soll ich sagen? Sensationell. Also wirklich richtig gut. Das Fleisch ist top eingelegt. Also diese Marinade ist richtig extrem lecker. Auf der Platte gemacht. Super. Und ihr seht ja, man braucht wirklich nicht viel. Da braucht es keinen Käse, keinen Bacon, was weiß ich was. Das Fleisch an sich, ich bin gleich geräuchert. Das Fleisch an sich, das ist so das Dominante. Und das soll es auch in dem Fall sein. Aber diese warmen Tomaten, was ich gerade schon gesagt habe, geben so einen richtig schönen, ja, will ich sagen, nochmal was Fruchtiges noch dazu. Der Salat fürs gute Gewissen. Und ansonsten die ganzen Komponenten als solche. Sensationell gut. Ich beiße es nochmal rein. Und euch wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt dann mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da kommt das Logo von Barbie Goers Franken, klickt da wieder drauf, dann seid ihr dabei. Was gibt es sonst noch? Nichts. Bis nächste Woche. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi. So geil. Bis dann.